Stimmt, ihr seid Polizisten. Entschuldigung. Und was mit dem anderen? Den habt ihr nicht angehalten, den vor mir. Das ist ja auch unfair. Naja, das nächste Mal krieg ich richtig, ich weiß. So, das Blöde ist jetzt, ich muss jetzt erstmal mein Ziel wiederfinden. Ich weiß, der blöden Polizisten. Aber allzu weit dürfte er ja noch nicht gekommen sein, weil er ja so einen blöden Fahrstil hat. Der blöde da ja schon. Oder, der wartet da. Ich weiß auch nicht. Ah, wegen der Straßenbahn. Danke, Straßenbahn, dass du den aufgehalten hast. So, jetzt muss er aber rechts abbiegen. Oh Mann, und da ist dann gerade die Brücke auch schon wieder, die da hochgegangen ist. Oh. Das ist vielleicht ein Tag. Also ein Spieltag. Das ist richtig uncool. Naja, nein. Warum? Wagt mir eben bis da der Schiff durch ist und mal sehen, was wir dann machen. Ach ja, Autoklauen. Stimmt. Aber irgendwann müssen wir dann auch zur Bank. Also ich war ja jetzt schon längst losgefahren. Aber da die sich ja alle schön brav an die Regeln halten. Gegenverkehr ärgern ist auch lustig. Wo fährt der denn jetzt hin? Irgendwo Central Island. Das ist klar. Sind wir ja mittlerweile drauf. Dass der es nicht mal richtig schafft, die Kurven zu fahren. Der würde doch, wäre ich nicht da gewesen, würde der sonst wo stecken bleiben. Wahrscheinlich an jeder zweiten Kurve oder so. Diesen verrückten Amis mit ihren deutschen Schlitten. Der ist es blöde. Warte mal. Wieso ist denn der der vorhin stand noch gefahren? War doch schon rot. Was ist denn eine Abbiege-Nummer? Jetzt kann ich ja noch nicht mal in der richtigen Schwinnigkeit fahren. Sag ich denn echt schieben oder was? Ich bin echt ewig hier. Ich bin echt ewig hier. Okay, ich bin echt ewig hier. Ich bin echt ewig hier. Sieht nämlich irgendwie nach Bank aus. Na gut, erst wird der Waden gestohlen und dann wird geguckt, ob ich da vielleicht in das Gebäude rein kann. Hm. Das ist schwerer zu knacken als von der Zeit her, als gedacht. Geh mit Polly zur Bank. Sekunde mal. Ich hab jetzt doch hier irgendwo mal eine Bank finden lassen. Hm. Was sind denn hier die Banken? Oh, ähm. Da sollte ich mich jetzt zurückhalten. Jetzt werde ich nämlich blöderweise gesucht. Und zwar mit Kraftbefehl. Okay, das war ein Wort, das ich nicht unbedingt, ähm, sagen sollte. Ich mag den Typen nämlich nicht. Ähm. Aber das interessiert ja hier jetzt nicht. Oh, da ist ein Kopf, da ist eine rote Ampel. Ich sollte stehen bleiben. Hey. Dafür müssen wir doch grad mal aussteigen und den voll einufzig auf den Deckel hauen. Ich mein, die kommen hier einfach an und rammen uns. Und das als Polizisten. Das geht ja mal gar nicht. Da müssen wir die ja jetzt mal aus, äh. Ach, verdammt. Ich wollte es blockieren. Dann eben nicht. Oh, ähm. Ach, war ich jetzt fast auch noch bedrückt. Ich steig mal kurz aus. Und die Waffe weg. Mal sehen, wie lang es dauert, bis er rafft, dass seine Scheibe gleich am Arsch ist. Hm, versteht's wohl gar nicht. Ist ja auch egal. Jetzt gehen wir in die Bank. Ach, genau, der neben... Oh, wir sollten uns... Ah. Okay. Also gut, Leute. Ich nehme Tromzen. Das ist ein Überfall. Legt euch alle auf den Boden, dann passiert nichts. Ich sagte, auf den Boden. Alle. Kümmer dich um die Wache. Wo war nochmal die Wache? Wow, ich kann mich nicht be... Was ist denn jetzt los? Ich kann mich nicht bewegen. Irgendwas stimmt hier nicht. Sekunde. Spiel fortsetzen. Inventar. Ähm, mir stimmt was nicht. Ich verliere auch kein Leben. Der Bankraub. Okay. Warte, irgendwie war das doch grad... Also gut, Leute. Das ist ein Überfall. Legt euch alle auf den Boden, dann passiert nichts. Ich sagte, auf den Boden. Alle. Ach, da ist die Tromzen. Kümmer dich um die Wache. Woher kommen die andere Schüsse? Wow. Wo kam der Schuss her? War der Safe nicht unten? Und wo muss ich jetzt lang? Vom Direktor den Schlüssel? Irgendwie? Nichts gefunden. Ist das dämlich. Office 1, 2 und 3 ist auch nichts. Ähm, vielleicht auch die Kops, äh, die die Wachen durchsuchen. Da unten ist eben noch... War eben noch eine? Ah. Genau. Okay, das gefällt mir. Schön ruhig. Dann wird auch alles wieder gut. Hab ich dich. Genau, hier hinter der... Ich will die Schlüssel zum Safe, aber schnell. Wo ist der? Zerr, ich habe...